Und was machen wir jetzt? Was meinst du damit? Was ich meine? Ich meine, was... Was machen wir jetzt? Wir sind schon normal. Das ist es. Wir sind schon voll in der Aktion. Wir hängen hier ab, gehen zum Essen, komm zurück, wieder ab, gehen zum Essen. Du weißt schon, wenn jemand sagt, er fühlt sich in einer Situation total beengt und eingeschränkt, als ob er im Knast wär, dann meint er sowas hier. Yo, yo, ich zieh die Schuhe und die Jacke aus, mein Hemd und das Akku aus. Meine nackte Haut ist grau wie ein Plattenbau, hol ne Flasche aus dem Kasten, auf dem Balkon, mach's auf. Spül den Rachenraum gut durch und trinke, weil's legal ist. Angebot und Nachfrage, an erster Stelle leben wir und lieben wir, was wir grad da haben und ziehen uns die Gründe erst im Nachhinein ausm Arsch an den Haar herbei. Alles Laberei? Der Albumvorschuss kommt ins Phrasenschwein und Plagen schreien, wie on point kann man denn sein? Alter, nein! Ich halt den Vibe mit beiden Händen fest und lass ihn kratzen und beißen, bis er verendet ist. Mount Average, mir ist noch immer so viel Menschliches fremd. Dein Leben ist viel oder wenig, wie man's nimmt und wem man's nimmt vor allem. Ich gönne mir Kinder rein und stolper bis Sankt Nimmerlein. Ohne einmal hinzufallen, man könnte meinen, ich wüsste, was ich tue. Doch ich weiß es nicht, zumindest wüsste ich nicht, dass ich's wüsste. Ach, was weiß denn ich? Hauptsache gut aussehen im Panoptikon, mit ner einwandfreien Story kommt, hat ja auch was magisches, was einmal benannt ist, scheint als sei es dann bekannt und was bekannt ist, scheint als ob es schon gebannt ist. Auch ich hab sicher einen Schaden, aber den mach ich nicht amtlich und er kriegt auch keinen Namen, keine Notation, keinen Platz in ner Tabelle, keinen Beipackzettel, in dem ich ihn kaum erkenne, weil deren Sprache nichtsagend und fremd ist. Unverständlich, manchmal menschelnd, aber nie so richtig menschlich. Doch meine Prosa, Arthouse, Action, nicht gänzlich, real, aber wahr, frei erfunden, doch authentisch, verstehst du? Frag dich inwiefern das Bild, was du nach zwölf Releases von mir hast, der Wirklichkeit entspricht. Doch vorher frag, ob überhaupt ein Bild, der Wirklichkeit entspricht. Ich würd' dich ja meinen nicht. Yeah. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020